Künstliche Intelligenz ist in den letzten fünf Jahren zum absoluten Hype-Thema geworden. Riesige Player wie Google, Amazon, Facebook oder Baidu, aber auch eine scheinbar unendliche Anzahl an Startups, beschäftigen sich mit KI in quasi allen denkbaren Bereichen und auch darüber hinaus. Für künstliche Intelligenz gibt es keine einheitliche Definition, aber im Zusammenhang mit der Energiewende geht es in diesem Video um Methoden des maschinellen Lernens. Darunter versteht man Algorithmen, die auf Basis von großen Datenmengen eines Systems, zum Beispiel Messdaten aus der Vergangenheit, lernen und dadurch das System verstehen, also nachahmen, analysieren, vorhersagen oder optimal beeinflussen können. Auch in unseren Energiesystemen, insbesondere in der elektrischen Energieversorgung, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, künstliche Intelligenz einzusetzen, die durch die Energiewende und den Übergang zu erneuerbaren Energien an Bedeutung gewinnen. Da es sich an vielen Stellen um kritische Infrastruktur handelt, ist die Branche jedoch eher konservativ, was neue Technologien auf Basis von KI angeht. Im Folgenden kommen drei wichtige Gründe, warum die Energieversorgung jetzt mehr KI benötigt. Grund 1. Durch KI können Prognosen von Erzeugung und Verbrauch deutlich genauer werden. Im Betrieb des elektrischen Netzs werden schon seit langer Zeit Prognosen des zukünftigen Verbrauchs eingesetzt, um den Kraftwerkseinsatz zu planen. Durch die Energiewende wird jedoch die Erzeugung weniger planbar und durch PV und Windstrom auch deutlich volatiler, also wechselhafter. Um die notwendige Energie aller Verbraucher im Netz trotzdem verlässlich zu jeder Zeit bereitzustellen, ist es essentiell, Erzeugung und Verbrauch zumindest für die nahe Zukunft möglichst exakt zu kennen. Hierzu können beispielsweise künstliche neuronale Netze eingesetzt werden. Diese lernen auf Basis vergangener Messdaten wie Leistung, kalendarische Daten wie Uhrzeit oder Tag und Wetterdaten, wie sich PV- und Windeinspeisung als auch der Verbrauch verhält und können diese Leistung so prognostizieren. Auch im Betrieb können diese Netze anhand der Prognose und der tatsächlich gemessenen Leistung weiterlernen und ihre Prognose so stetig verbessern. Schon heute sind solche Systeme teilweise im Einsatz, um PV oder Windleistung für einige Anlagen oder ganze Regionen vorherzusagen. Sie werden aber auch in Zukunft mit der Zunahme an erneuerbare Erzeugung immer weiter an Bedeutung gewinnen. Das bringt uns direkt zum zweiten Grund. Durch KI kann das Energiesystem optimal betrieben werden. Basierend auf den KI-Prognosen können einzelne Anlagen wie Speicher, steuerbare Verbraucher, KWK-Anlagen bis hin zu Kraftwerken mithilfe von Reglern, die auf KI basieren, optimal betrieben werden. Auch diese Methoden lernen auf Basis von großen Datenmengen aus der Vergangenheit, wie die Anlage optimal gesteuert wird und verbessern ihre Regelungsstrategie im Einsatz ständig. Sie lernen also, wie es besser geht. Erste solche Ansätze sind schon teilweise im Einsatz, zum Beispiel in virtuellen Kraftwerken, um die am Kraftwerk angeschlossenen Anlagen wie Speicher, KWK-Anlagen oder erneuerbare Erzeuger optimal anzusteuern. Durch den Einsatz von mehr KI, so die Idee, kann das Energiesystem in Zukunft sowohl sicherer als auch kostengünstiger betrieben werden. Eine KI würde übrigens, bevor wir jetzt zum dritten Grund kommen, für den optimalen Betrieb dieses Kanals den Like-Button drücken. Das solltest du auch. Mit Hilfe von KI kann der Ausbau des Energiesystems optimal gestaltet werden. Neben dem optimalen Betrieb des existierenden Energiesystems ist auch die optimale Ausbauplanung des Systems eine essentielle Fragestellung der Energiewende. Wo müssen die Netze ausgebaut werden? In welchen Gebieten sollten neue Erzeuger idealerweise gebaut werden? Wo kann ein zentraler Speicher oder eine Power-to-Gas-Anlage am netzdienlichsten eingesetzt werden? Welche fossilen Kraftwerke sollten als erstes abgeschalten werden? Diese Fragestellungen können durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz beantwortet werden. Dabei ist eine der großen Vorteile dieser Algorithmen auch hier der Umgang mit großen Mengen an unterschiedlichster Daten, auf denen die Entscheidungen getroffen werden müssen. Dies sind beispielsweise Messdaten aus dem bestehenden System, aktuelle Preise für Strom, Gas oder Wärme, sowie Preisprognosen, aber auch Randbedingungen an die Sicherheit oder zur Verfügung stehendes Kapital können mit in den Entscheidungsprozess integriert werden. Und so kann der Ausbau des Gesamtsystems optimiert werden. Mithilfe von künstlicher Intelligenz kann unser Energiesystem in Zukunft also sicherer und günstiger auf Basis von Prognosen betrieben werden. Auch beim Ausbau hin zu einer Energieversorgung Energieversorgung aus 100% erneuerbaren Quellen können Methoden der künstlichen Intelligenz genutzt werden. Meine persönliche Meinung ist, dass KI auch im Bereich der Energiesysteme großes Potenzial hat, das Potenzial aber auch häufig überschätzt wird. Schon in den 90er Jahren und Anfang der 2000er gab es einen echten Boom von KI-Methoden in der Regelungstechnik und es wurde viel Geld in Forschung in diesem Bereich investiert. An vielen Stellen konnten diese Methoden jedoch nicht das halten, was sie versprachen. Insbesondere, wenn es um Sicherheit geht, ist der Einsatz von KI schwierig. KI kann zwar lernen, aber analytische Methoden zu Systemstabilität und Methoden, mit denen gesicherte Aussagen über Systemverhalten getroffen werden kann, gibt es quasi nicht. Das bedeutet jetzt nicht, dass Matrix oder Terminator bald Realität werden, aber falsch angewendet könnte KI im Energiebereich im schlimmsten Fall zum Blackout führen. Daher ist bei der kritischen Infrastruktur wie der Energieversorgung auch immer Vorsicht geboten. Dennoch hat sich insbesondere die beim Lernen notwendige Rechenleistung seit damals deutlich verbessert, wodurch die Möglichkeiten von KI heute deutlich größer sind und es auch sehr viele Anwendungsgebiete gibt, in denen KI schon heute nicht mehr wegzudenken ist. Hier sei nur mal die Sprach- und Bilderkennung genannt, in der die KI heute nicht nur Sprache und Bilder erkennen kann, sondern mittlerweile sogar erzeugen kann. Auch im Energiebereich gibt es hier noch eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten zum Einsatz von KI. Diese sind allerdings noch deutlich weiter von einem Stand der Technikeinsatz entfernt. Wenn ihr mehr über diese Themen erfahren wollt, schaut euch jetzt das Video über virtuelle Kraftwerke an.